ich hoffe man hört mich jetzt auch im stream wenn überhaupt kaya noch da ist perfekt wie man gehört hat die liebe nette wundervolle schizuka ist wieder dabei zum vorlesen weil wir wollen heute mal wieder ein bisschen schwimmen gehen dachte ich mir so wenn landen das problem ist da immer noch early access aber patch dezember der alte spielstand tot nicht mehr sprich neuer spielstart halb so wild sie haben auch ein bisschen was an der steuerung also ihr seht ich habe jetzt hier diesen punkt wo ich hingucken muss hatten sie ja beim letzten mal schon aber der zappelt ein wenig also ist nicht ganz so ruhig und stetig wie er davor schon mal war ich hoffe sie fixen das wieder wir werden also jetzt auch mal das intro sehen falls es überhaupt eins gibt deswegen die kamera noch aus abend dann starten wir einfach noch direkt rein so stimmt ich darf was haben wir gespielt gehabt wir haben glaube ich überleben gespielt gehabt oder ja perfekt weil hardcore habe ich gesagt da so oft wie wir neu starten müssen das wird ja auch langweilig deswegen hier der überlebensmodus das zumindest etwas so jetzt müsste eigentlich ein intro kommen hoffe ich doch mal gerade ist einfach schwarz man sieht zumindest in der vr sehe ich gar nichts das ist offiziell ich saß gerade da und hab gedacht hey warum schwarz man sieht zumindest mal ein raumschiff ja sebi herzlichen dank für den host auto host das funktioniert endlich mal ein schäbige weiß gleich ob er da ist wenn du da bist hi wenn ich danke trotzdem für den host glaub nicht dass er da ist zumindest hat er noch nichts gesagt es leidt sich zu tode es tut sich was weiter mit beliebiger taste das war also das intro moment ich bin top ja ich bin irgendwie auch ich bin top jetzt sehe ich wieder was ich hoffe mal zumindest habe ich den ausschlag nein ich möchte nichts bauen ich möchte löschen 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 ok gibt noch nichts zu löschen gut wir sind gelandet irgendwie irgendwo und diesmal war nicht ich der pilot wirklich ganz ehrlich kann man auch mal die kamera einschalten alle und du hast mal wieder ein kabel durchgeknabbert so wie es aussieht ein halbes die sind halt so lecker jetzt guck ich mal wo ich mich hin packe solltest du vielleicht fein lassen machen ih es redet hallo kaya leiden so lecker reparieren müssen wir können wir hier irgendwie reparieren wir wollen wir hier schon mal ein notfall kit das ist schon mal gut das tab alles haben sie verbessert ok feuerlöscher tap ja und ich kann aber ich muss mich erst wieder daran erinnern was man das machen konnte hunger essen ich kann sogar sehen sie haben es hat verbessert ich kann sehen ich kann bloß nicht sehen was da oben steht was steht also das oberste wo glaube ich ein i davor steht das bewegt sich mit im kopf also da oben info oder sowas ok was ist blöd gemacht was steht da schneid zugriff das was ich wahrscheinlich machen soll steht da oder was wir mal kurz gucken im stream sieht man da gar nichts im stream sieht man da überhaupt nichts na toll kann mir keiner sagen was ich machen soll steht das hier irgendwo aufzeichnung datenbank überlebens ausrüstung ergänzende technik bla bla ich würde mal sagen wir gucken erst mal draußen wiederum jetzt schon tatsache was ist neu hier nebendran da kommt da ist bis gerade eben irgendwie irgendwas ok dass ich deutsche hallo wir FS 1 1 points mind 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 z Headriver zerbricht den karkstag wir haben die teilweise kommen irgendwie habe ich das gefühl ich bin schnell unterwegs so essen hätten wir schon mal oxygen das haben sie aber reduziert keine fünf Minuten Wasser und die schreien nach oxygen aber sie haben geschrieben sie hätten die grafik überbessert ich weiß nicht sieht man das im screen also ich finde schon das sieht besser aus ein tick letzte patch die letzten patches waren mehrere gigabyte immer groß neues biom und bla 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 aber auch eine grafik überarbeitung und wie hört es sich eigentlich an wenn ich mich hier so rum bewege und eben das micro jetzt so von meiner fresse habe die nette stimme hat gerade gesagt dass meine überlebenschancen von zu zu unlikely gestiegen sind also zu unwahrscheinlich aber möglich immerhin wahrscheinlich ja sie sind nicht mehr weit weg sie sind nicht mehr weit weg ich hoffe sie machen dann nicht wieder ein komplett erase so jetzt weiß ich auch wieder was ich machen muss ich brauche ein reparaturwerkzeug für ein reparaturwerkzeug brauche ich silikon gummi höhlenschwefel und titan titan haben wir höhlenschwefel muss ich suchen silikon gummi war ok schlingen pflanzen samenbüschel muss ich besorgen ok schizuka lauter machen was es solltest du laut à zu spür Sorry. Hühlenschwefel. Wo krieg ich Hühlenschwefel her? Die Viecher mag ich nicht. Die nehmen wir einfach mal mit ohne eine Höhle. Hallo. Halt, halt, halt. Mist. Was seid ihr? Machen nix. Quarz nehmen wir mit. Oxygen. Boah, die haben es wirklich schwierig gemacht. Bist du jetzt eigentlich deine so lebensbarke Hungerleiste und das siehst du dir jetzt selber auch? Das sehe ich, ja. Trotzdem ein Hinweis darauf ist natürlich trotzdem willkommen, weil ich das gerne mal übersehe. Schlingpflanze, ja das sehe ich selber. Ich brauche hier die... Also das wäre dann ja langweilig. Wenn ich dir trotzdem den Versical finde, dass du das eh selber siehst. Ja, aber... Ja, aber... Okay. Und das ist das, das hier ist das, das 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 ist das. Ja, ich hätte gern Schwefel, aber ich brauche Schwefel. Ich habe mich gerade zu Tode erschreckt, ich brauche eine neue Unterhose und ich hoffe wir haben gleich Schwefel. Die reparieren sich witzigerweise von alleine. Das Problem ist, ich brauche von dem Viech den Schwefel, wo kam der, der kam da raus. Damit haben wir im Prinzip alles, was wir für das Reparaturwerkzeug bauen wollen. Ich nehme gleich mal was zum Trinken mit. Oxygen. Und das nächste, was wir uns bauen, ist eine zweite Flasche. Guck mich nicht so an, der Fisch guckt mich an, Shizuka mach was, der Fisch guckt mich an. Da guckt dir das an, wie du mich an guckst. Du hast hier so viele, so ein paar Zuschauer, da würde der Fisch ja nichts machen, oder? Äh, ja. Wir gucken mehrere Leute zu uns, oder? So, dann machen wir Wasser draus. Dann haben wir gesagt, wir brauchen einmal das Silikongummi. Und damit hätten wir das Reparaturwerkzeug und können hier anfangen zu reparieren. Das sieht irgendwie pervers aus, wie sich das Kabel wirkt. Und ein bisschen. Äh, ich soll dich von Van und Kaya fragen, ob du im Urlaub ab morgen auch mal vorhast, uns öfters auf dem Minecraft-Server zu besuchen? Wenn ich mich verlaufe, ja. Ja. Nicht nur, wenn du dich verläufst. Ja. Gut. Gut. Ich will den Hunger werden und bring den Döner mit. Die Stimme war gerade creepy, die er da was vorgesagt hat. Und was bläst da immer wieder das Wasser auf? Irgendwas ist da. Da. Irgendwas. Was ist da zum Henker? Oha. Und Kaya meint gerade, Eric sagt, dass er dir das nicht glaubt mit dem Minecraft-Server. Ich habe gerade einen Vulkan gefunden. Ja, dann spring rein und verreck. Nein. Nein. Aber interessant. Interessant. Wir wollen ja mal ein bisschen weiterkommen. Gucken wir, was können wir noch machen. Wir haben gerade nichts zum Essen. Wir brauchen noch ein Messer. Messer, 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 Messer. Wir brauchen Silikongummi und Titan. Messer. Weapons were removed from standard survival blueprints following the Massaker on Abraxys Prime. Okay, es gab wohl irgendein Massaker, weswegen es nur noch das Messer im Überlebenskipp gibt. Schön. Und ich wollte eigentlich mobile Fahrzeugstationen, Segelleiter, Wasser... Wasserdichter behälter, dann brauche ich nicht. Ich bräuchte eine Sauerstoffflasche. Drei Titanen. Äh... Titan. Und eine Sauerstoffflasche. New Blueprint acquired. Äh... Sölle. Das heißt... Ach, Demine. Mein Inventar ist ja schon wieder fast voll. Sauerstoffflasche ist da. Ich würde euch gern das Log-File vorlesen, aber da muss ich anfangen zu schielen. Ich kann es aber abspielen. Weapons were removed from standard survival blueprints following the Massaker on Abraxys Prime. The knife remains the only exception. Umgebung... Wunderschönen guten Abend, Dazze. Ich kann das endlich lesen. Scheiße, ich habe gar nicht mehr die Ausrede, dass ich das nicht vorlesen muss. Ähm... Yes! Datenbankeintrag 4546B. Umgebungscan. Wasserplanet der Kategorie 3. Sauerstoff-Stickstoff-Atmosphäre. Umfangreiche Biodiversität. Sicherheitshinweis. Kein Raubtier aus der Gruppe der Levitane beherbergen. Ich soll mal kein Leviathan mit nach Hause nehmen. Okay. Wasser ist hochgradig mit einem unbekannten Bakterium verunreinigt. Äh, zu spät. Planet ist außerhalb des Föderationsraums. Rettung unwahrscheinlich. Gut. Haben wir das auch mal klargestellt? Das ist der Fisch. Fisch, Fisch. Sauerstoff. Tauchflasche mit hoher Kapazität. Silbererzglas. Ja, ihr mich auch. Ein Auftriebskörper. Das wäre vielleicht nicht schlecht, wenn ich sowas machen würde. Ich glaube, ich hole mal den Auftriebskörper. Oder haben wir da vielleicht sogar schon alles? auftriebs schwimmende luftpumpe feuerlöscher schwimmflossen ich habe doch noch silikon da oder wenn euch die ja ist noch was da wenn ihr euch gerade die ganze zeit fragt also wenn das erste mal zuschaut mit vr warum ich den kopf so komisch bewege ich muss mit dem kopf zielen deswegen gucke ich da immer so dahin wie viele silikon dinge kann ich noch jetzt das war's bei dem ausrüstung schwimmflossen okay wo waren jetzt der schwimmkörper noch mal auftriebskörper ein bläfisch brauche ich brauche das im bläfisch warum habe ich gerade geblankt weiß man nicht weiß man nicht okay ich habe geblankt da ist ein bläfisch ich brauche ein bläfisch 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 nein das ist kein bläfisch aber ich kann mal essen die gucken immer so böse ich möchte euch bloß essen ich nehme ich auch mit ich brauche ein bläfisch ich brauche ein bläfisch warte mal normalerweise hat er noch immer diesen scanner am anfang dabei den habe ich jetzt gar nicht bläfisch 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 komm 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 hab dich du weißt dass du kein inventarblast mehr hast äh doch noch ein paar da sind wieder diese ich pisse ins wasser fische das ist auch eklig nach oben nach oben nach oben nach oben gerade so geschafft gerade so zu früh hat beim schwimmkörper auftriebskörper schade noch keine fünf minuten im spiel ich werde noch oft genug sterben ihr kennt mich doch geduld geduld so dich einmal kochen bitte ok das war's gekochter bummerang für schnarrung 21 h2o plus 3 schmeckt gut um die flossen herum ok gekochter club show proteinreiche augäpfel sehr nahrhaft ok ich freue mich ja lecker was brauchen was eben das ist ja also vollkommen ausreichende nahrhaft ich muss eine batterie machen batterie 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 new blueprint acquired wieso das denn ich hab noch gar nichts gemacht hier scanner bauen ok ok konstruktionswerkzeug da brauchen wir computer auch ok jetzt haben wir aber alles um mal die nähere umgebung zu untersuchen doch wie langweilig irgendwo muss man mal anfangen dann kann es ja gar nicht mehr aus versehen passieren dass du einen giftigen fisch oder so ist die fische können alle giftig sein wenn ich es richtig im kopf habe das war diese warnung die ich da gerade vorgelesen habe mit dass die wird irgendein bakterium im wasser ist bleibst du ich möchte ich nur es kann ich möchte nicht essen jetzt möchte ich dich essen soll dass ein bakterium im wasser ist und die fische sind alle verseucht und man kann sich prinzipiell infizieren guten abend schritte ich suche gerade eure schiffe übrigens dazu und schritte die sind wir meistens hier irgendwie unter wasser dachte ich komme euch da mal ein bisschen entgegen ja wobei ich meistens schon an der hafenmauer hafenmauer hängen bleibe und der hafen meistens nicht tief genug ist um alles unter wasser deswegen bin ich nicht so richtig oder so aber ja wie geht es euch und wenn und kaya und stimmt heute ist ja dönerstag stimmt hatte hatte ich noch gehört ja stimmt 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 also ac schrippel kaya uhr wie geht es euch die woche gut rum gebracht wie lange müsst ihr noch bis zum verdienten oder unverdienten oder einfach vorhandenen urlaub mir wird ja immer nach gesagt ich hätte nicht verdient ich habe ihn aber trotzdem das ist gemein das ist gemein hier ist noch so ein vulkan oder das ist der gleiche äh ich glaube das ist der gleiche ja ok ähm experiment ich schwimm jetzt mal zurück ich weiß jetzt kommt gleich wieder langweilig ja ähm ich werde jetzt mal alles aufräumen was ich im inventar hab äh hat inventar hallo ok kaya hatte früher feierabend und hat jetzt urlaub aber auch im handgelenk äh was hast du wieder gemacht das soll ich eric nicht so hart hauen hab ich doch schon ein paar mal gesagt äh und atze ist hungrig und hat seit einem monat tanks urlaub ja da stimmt stimmt da stimmt da war ja was tschuldigung äh bei mir hat sich gar nichts getan nee arbeiten kann ich jetzt fürs erste mal wieder vergessen was also von daher nee nichts neues so jetzt kommt das experiment wenn die fische da rumschwimmen können dann kann ich da auch rumschwimmen oder sollen es die fische sein die da grad in die luft raus gepustet werden ok äh ich hab grad auch bekommen oder warst du das bin unschuldig was wie ich komme nur in die nähe und ich bekomme schaden das stimmt das stimmt doch was nicht was kommt okay ja meine mahe muss warten ich ja 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 das kenn ich das kenne ich ich wiederhole erich nicht so hart gekochtes stielauge mal gucken wie der schmeckt so getrunken und es müsste eigentlich auch mal langsam das schiffchen in luft fliegen also merken dass er drüben macht aua ist böse noch da ist wieder ein ding ist drin okay das heißt wir können unser werkzeug wieder nehmen halt da war was neues und zwar energiezelle aus zwei batterien und einem sie tragbare energiezelle mit hoher kapazität ok schon so spät ich glaube wir müssen dann mal also frohe weihnacht guten rutsch ich muss mal spontan das land verlassen so dann erkunden wir jetzt mal endlich mal ein bisschen ja euch möchte ich nicht geht weg aber ich finde immer noch schön wie es gemacht haben als von der stimmung her ist also die grafik ist genial was war das auch hat sie meinte gerade hier würde es gefallen hundertprozentig wenn kaya kommt natürlich zu hauen sie wird dann auch noch nicht und man kann natürlich jetzt eu r r r r r r 30 Sekunden 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 Ja, der Gute hat mal wieder die Kabel durchgeknabbert. Ja, dachte ich mir auch so, Kajalein. Ich habe ihm doch gesagt, er soll nicht immer an den Kabel rumknabbern. Test, eins, zwei, Test. Es rauscht zu stark. Also, Atze, ich glaube, wenn du laut genug schreist, dann könnte es unter Umständen sein, dass Kajalein dich hört. Aber da musst du schon wirklich laut schreien. Hörst du mich wieder? Ja, ich höre dich jetzt auch wieder. Aber das Mikro übersteuert. Das ist jetzt das Mikro von meinem alten Headset. Das Gute wurde. Scheint wohl eine Macke zu haben. Ich weiß nicht, was los ist. Ich habe ja doch gesagt, du sollst einfach nicht an den Kabeln rumknabbern. Ich habe Hunger. Ich habe heute nichts in der Kantine gegeben zum Essen. Die Frage an den Stream. Kajalein, wenn ich so rede hier in den Raum rein, das ist ja eigentlich ein normales Headset-Mikrofon. Geht das? Oder ist es scheiße? Oder wie ist es? Ich sehe auch, dass es ständig einen Permaausschlag hat. Habt ihr irgendein Rauschen drauf? Es ist ein Rauschen drauf. Ja. Und es klingt docent scheiße in Vergleich zum Mode. Ja. Was ist das? Warum? Aber es ist besser als nichts. Genau, Kaja. Das sieht jetzt wahrscheinlich extrem albern aus. Nein, da muss ich jetzt die Kopfhörer von der Brille abschrauben. Es ist zum Kotzen. Es ist zum Kotzen. Es ist zum Kotzen. Und wenn ich die Brille abnehme, dann kriegt die einem Flickern und kriegt ein Rad ab. Es tut mir leid, wir werden noch mal kurz fünf Minuten Pause machen, dass ich umbauen kann. Dass ich auch wirklich Headset machen kann. Ich bin gleich schnellstmöglich Werder. Bis gleich.